greenhards zielscheibenwürfel ich habe gerade mit einer 150 pfund compound armbrüste drauf geschossen sie haben gemerkt der pfeil dringt spielend ein wird sauber gestoppt und was bei diesem hier besonders ist selbst bei 150 pfd kriegt den pfeil ohne pfeilzähilfe noch rausgezogen weil das material mir das hergibt da steckte gerade der pfeil das loch ist hat sich das loch hat sich komplett geschlossen und hat sich laut hersteller sogar wieder verschweißt inwieweit das stimmt weiß ich nicht aber was ich weiß ist dass die firma greenhardt auf diesen würfel das ding ist also auch dementsprechend patentiert ein jahr garantie gibt und damit ist es die einzige zielscheibe auf die es überhaupt garantie gibt und bis jetzt hat erst eine einzige gruppe es geschafft dass sie diesen würfel ausgetauscht bekommen hat weil er wirklich kaputt war greenhardt sagt wer es schafft innerhalb von zwölf monaten die gelben flicken raus zu schießen kriegt kostenlosen neuen auf diesen würfel hatten etliche schützen mit klappjagd spitzen geschossen ist bei diesem würfel erlaubt und die haben über 5000 schuss gebraucht bis dann endlich die dinger weg waren und selbstverständlich hat der greenhardt dann den würfler rausgetauscht ich denke eine bessere werbung gibt es dafür nicht